Henssler's Schnellumau. Creme Brulee. Halbe Vanilleschote, halbiert die, dann kratzt man da das Vanillemark raus. Dann haben wir jetzt hier Milch, da kommt das Vanillemark, auch die ausgekratzte Schote, der Zucker zusammen rein, aufkochen, durchrühren. So, einmal aufgekocht, diese Mischung hier raufgießen und jetzt geht das durch so ein feines Sieb. Unten alles reinkommt, entsteht natürlich Schaum oben. Jetzt habe ich hier eine Auflaufform, ein Handtuch drin, Wasser drauf. Und die fülle ich jetzt vorsichtig mit dieser Mischung. Und dann geht das in den Ofen, 70 Nuten, gefühlt bei Durchschnittstemperatur 118 Grad. Man holt diese Förmchen raus und jetzt kommt der Zucker drauf. Braunen Zucker, einmal voll machen, dann ausschütten, klein einstellen, schön in Bewegung sein. Jetzt habe ich sie nochmal drei Minuten stehen lassen und jetzt gibt es sozusagen den Rest. Hitze ein bisschen höher gedreht und noch kurz ein bisschen auskühlen lassen.